Was geht, Freunde und Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr das Video gerade seht, bin ich gerade dabei, Cristiano Ronaldo zu sehen. Der ist mit meinem Portugal-Spiel. Natürlich kommen wir morgen noch zwei Vlog online. Oft bitte einfach, dass Ronaldo mir die Nase bricht und ich dann vielleicht ein Bild bekomme. Wir haben erstmal wieder Leaks bekommen. Wir haben irgendwie eine Full-Icon-Promo, weil es irgendwie keine einzige normale Karte gehabt, die geleakt wurde. Also wir bekommen wahrscheinlich eine Full-Icon-Promo mit den besten Icons im ganzen Spiel. Heroes kommen auch. Dann kam 92+. Pass to Glory, make your mark, pick. Und ich habe auch meine WL-Zöne gespielt auf einem RTG-Account. Abends waren nur 14 Siege geholt, aber wir haben krass zur Sache gezogen. Wir hatten wieder Pecklack. Deswegen lasst gerne auch nach oben da. Lasst einen Komi da. Was sagt ihr? Tschechien, Türkei heute und Portugal, Georgien. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Oh, 19 Uhr, sorry, Chat, Digga. So, Tag ist ja mal nur 5 von 5. Wichtig. Ein Player-Pick. Let EA cook, Digga. Let EA cook. 92 plus. Weg zum Ruhm. Schreibe Geschichte oder Schreibe Geschichte Plus. Und wir müssen aufgeben. Geiler Pick, Digga. Geiler Pick. 87. Und 88. Boah, ist schon teuer, Bro. Ich wäre ja nicht ich, wenn ich den Gutachter für euch nicht machen würde, Chat, ne? Da schlägt W Faro. Sinistera. Technical. First Touch-Raserei. Premier League für Kolumbien. Five Star Skills. Kann rechts, links und ZOM. Kann sogar... Okay, passen, Digga. Ernst. Okay, 80 EF ist ehrlich hart. Scheiße, Bruder. Bin ich herrlich. Plus, er kann nicht mehr Elfer schießen, der Arme. Er trifft einfach leere Tore. Ohne Torwart nicht mal. Ah, 81, 81. Kann man mitnehmen. Muss man nicht. Festival of Football-Verstärkung. Was ist das für eine verdammte Evolution, Bro? Ein random Silber-IV. 92 Tempo. 88 Pass. 89 Dribbling. 93 Defense. 87 Physis. Powershot für ein IV-RV. Warte, what the hell, Bro? NL-Verteidiger. Trusty. Ein Meter. 91. 96 Pace. Bruder, ich kann... Bruder, wow. Digga, du kannst einfach ein IV-R schaffen mit 96 Pace, Bruder. Das geht safe noch krasser, glaube ich. Pfeiffer-IV-Deutscher aus der Bundesliga. Bruder, 90 Tempo. 94 Defense. 97 Physis, Bruder. Der ist auch krass, diese Akime. Ey, man kann doch auch krasse Offensiv-Karten herstellen. 96 Tempo. 95 Schuss. 93 Dribbling. Die Rande, Bruder. Ja, der Totson, glaube ich, ist das besser. Aber 89 Tempo. 93 Defense. 7, 8, 4. Sieht schon geistkrank aus, Chat, Digga. 96 Physis. 92 Dribbling. 95 Pass. 92 Schuss. 97 Tempo. Also, man kann unermal viele verschiedene Karten machen. Guck mal. Stören. 5, 5 zum Beispiel. Geile Evo ist das, Digga. So, Chat, warte. Das ist mein neues Pick. Aufgemacht, sogar ohne Kanalwetter. Einfach so. Bruder, warum sieht die erste Karte aus wie die beste Karte auf der ganzen Welt? Nein, nein, das ist die beste Karte auf der ganzen Welt. Er kann doch nicht alles 99 haben, was ich hier sehe. Kopfballprojekt zu 99 Sprungkraft, 99 Ausdauer, 97 auch Stärke, 99. Also, okay, ja, Bruder, das ist 5 Meter groß, ne? Ja, Bruder, das ist der kolossale Titan, Digga. Fuck, Berthold. Ah, Sesko, Digga. Sesko, hab ich schon. Coole Karte. 99, 99. Keine Ahnung, wer es sein könnte überhaupt. Tod. Tod, aber gerade, du Tod. Wieder 96 Füße. Ich weiß, wer es ist. 96 Füße, 96 Defense. 91 Truppling. 92 passen. Oh mein Gott. Oh Gott, ey. Was ist das? What is that, bro? Oh, Danzo. Und Mursa, warte mal, wie viel kosten die? Er kostet 180 K. Kein auf Danzo. Lieber USA und Serie A mitnehmen. PTG auch? Okay, Fahrrad ist erledigt. Passt, glaube ich, und darf. Geisteskrank. Mach es. Mach es. Ja, Digga. Ich sehe sie. Passt, glaube ich. Fucken. Ich denke mir, geil. Das ist wieder. Oblak. Der erste krasse Banger. Oh, Adams hat Abgeld bekommen. Adams Karte sieht richtig gut aus. Aber ist wahrscheinlich auch nicht so viel wert, Digga. Adams kostet... Kostet 400 K. Alles gut, sorry. Bitte. Wieder Adams. Guck mal, er kostet 400 K. Aber wenn man nicht zu oft zieht, mein Bruderherz, dann bist du nicht mehr besonders. Bro, geh rein. Geh rein, geh rein, geh rein. Komm an. Warte mal, was, David ist doch gut. Warte mal. David kostet 300.000 Coins. Ich habe vergessen, dass David krass ist. Ich war alles ja als... Bro, einfach ganz laune wurde geknallt. West McKenzie ist doch auch gut. Oh, ich glaube, Joe Nevis kostet ein bisschen was, ne? Ey, ich mag das, ich mag das Pick, wenn ich ehrlich bin. Und das ist auch in-game Übelgut, habe ich gehört, Joe Nevis. Oh, man. Wieder Joe Nevis. Mittelschätten ist nicht so viel wert. Drei. Die Marco. Ja, oh. Oh. Digga, drei gute Karten, ne? Legit, drei gute Karten einfach. So, wir gehen rein. Bitte. Bitte. 93. Nein. Nein. Zalewski? Hm? Oha. Petri? Nee, ist nicht Petri. Oha. Nee. Ah. Keine Ahnung, wer es sein soll. Es ist eh scheiße. Ja, boah, das ist gut, Digga. Wer eh guckt. Scheißegal. Oh. Ich hasse die Weekend. Die VL ist so anstrengend, ne? Wir gehen rein in meine Rewards. Kann sein, ey, ich bin... Bruder, es hat einfach so viel Energie geraubt gerade. Wie geht's nicht gut? Ja, ist das? Ja, 93 plus Totspicks. So, Weekend League. Ja, nein, tschüss. Es hat sich so gelohnt. Ja, way, Digga. W, Ray hat er noch geholen. Wer kommt bitte her. Hallo, Taro 7.9 Rating ist super. Ich hab ihn zwar schon, aber super. Digga, rein. Bitte. Und Lever, 95, aber. Okay. Okay. Frederico. Bei Werde mag ich. Bei Werde mag ich. Guter ZM. Ja, aber jetzt kostet er immer noch 400k. Doch, weil Werde sehr, sehr, sehr nice. Gerhard Müller ist die nächste Eicone, die geleakt wurde. Ja, Stats werden besser sein, Chats. Stats werden safe besser sein. Ich glaub, Gerhard Müller könnte krass werden, Bro. Don't hate on Gerhard Müller like that, Bro. Das ist legit der Bomber der Nation, obwohl ich das ein bisschen das Hass anhört, Digga. Paolo Maldini kommt in die EM-Promo. Scheißt auf seine Physik, Bruder. 99 Defense und 91 Pace. Und vielleicht bekommt Maldini endlich den Waschbär. Hört zu. Das heißt, was ich bei Maldini immer genervt habe, ist seine Playstyle. Deswegen hab ich den auch nicht gespielt, auch voll früh nicht gespielt. Leute, Maldini, Waschbär bekommst, Maldini und Van Dijk neue Kombi. Dieser Maldini mit Waschbär, das Ding ist durch, Chatt. Ihr versteht diese Maldini nicht, aber ist okay. Ihr werdet es verstehen, Chatt. Viele sind noch Chojuks, deswegen. Rooney wurde geleakt. Icon, er kommt einfach so nebenbei, bisschen so, ne? So ein bisschen. Er kommt so nebenbei, Rooney. Hold on, komm, so offiziell. Okay, wir haben jetzt alle verstanden, ne? Wir haben jetzt alle verstanden, dass jetzt irgendwie alle krassen Icons kommen. Wir haben halt immer noch keine Leaks von normalen Spielern. Aber alleine wegen der Anzahl dieser Spieler gehe ich davon aus, wir bekommen einfach eine Full-Icon-Promo. Raikard sieht scheiße aus, ein bisschen. El Piero sieht scheiße aus. Dresigier sieht scheiße aus. Zapata geht fit. Isai geht fit. Cole geht fit. Puyol ist auch noch kacke, ja. Fett ist auch kacke, sechs. Xavi ist auch kacke, sieben. Bruder, da ist alles dabei, Chatt, ne? R9, Cruyff, Ronaldinho, Zidane, Bobby, Charten kommt auch. Ich dachte, es kommen halt nur Eikens, weil nur Eikens geleakt wurde. Aber das ist das ganze Hero-Team. Es kommen einfach auch Heroes. Es kommen auch Heroes-Chat. Terves kommt für Argentinien mit 95 Tempo, 97 Schuss, 96 Dribbling, 96 Füßes. Kord über 93 Pace, 97 Defense. Wir haben eine Promo für diesen Freitag. Full-Icon-Hero-Promo. Das sind alle Karten, die als SBC oder Objective kommen. Warte mal, sogar Gomez und Mascherano, warte mal. Cafu-SBC, sage ich. Kassias, sage ich auch SBC. She-Ra, sage ich Objective. Lisa-Razu ist so krass, Chatt. Lisa-Razu ist so krass. Seelendorf ist okay. Figo ist SBC, wahrscheinlich ist auch okay. Bruder, Rooney wird safe, in-game geistkrank sein. Chatt, Imagined, Finesse und Power-Shot oder so. Gomez hat ein bisschen Ass, wahrscheinlich Ziele. Mascherano auch Ziele. Aber vergiss nicht, Chatt, das seid Heroes und Icons full. Zeke wird safe, 80 Defense, aber den kannst du einfach legit überall spielen. Bruder, Zico in 4-3-2-1 auf der 8, Bruder, wie sexy ist der? Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.